Hallo... Ja, lieber Spion! Au! Ich hab's nicht so mit dem Block so nicht gestehen. Ich bin da nicht so schnell. Matsch! Bleh! Hááááááááááááá Batschi! Fülle denn Herz mit Frink! Hast Unterricht? Ich halte bestimmt nicht still... Ich kann irgendwie Rollen ausweichen, aber nicht so, dass es wieder Witcher 2 ist. Dass man nur herunterrollt. Putzl! Wigster! Ich erfüll mein Herz bestimmt nicht mit den Knien! Weg mit dir! Da ist die Musik hin! Was muss ich überhaupt machen? Wären das auch mal weniger? Ach, ich glaub ich weiß was. Ah, das dachte ich mir doch. Recht und Glück gewaust, doch zu Gewalt verdrücken. So geht das. Uh! Ah, genau, jetzt! Da lebt noch einer? Der Power of Metal! Oh! 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 Das ist aber ein großer Schädelhügel. Oh, was kommt denn da an? Ah, das Spiel ist wirklich von Double Fine. Also von den... vom Studio von... ... von Rotten Gilbert. ... ... von Rotten Gilbert. Das Spiel ist von... ... von Doppelfine. ... im Studio von... ... Tim Schäfer und Rotten Gilbert. Das Spiel ist von... ... im Studio von... ... von Rotten Gilbert. Hm. Hahaha. Hey. Was ist denn da jetzt mal? Ähm. Vielleicht der erste Bosskampf hier. Nein, die Beschwerklichen. Dann brenn ich mir doch die Finger, was? Ähm. Dieser Blutschwall macht einem Mändler natürlich nichts aus. Vor allem wenn er auf Figurkonzerte oder so war. Aber gut. Killing Nums ist bad luck. Boah, ist meine Lebensanzeige nicht mehr so flach da. Kann ich jetzt noch gar nicht sterben oder wie? Ja, langweilig. Oh man. Gotta get this thing moving. Let's see here. Um. Evil. Uh. Oh. 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 Majestic. I am but a visitor in your strange world. Which some would call hellish. But I have to admit, it's kinda badass. Oh lords of gross leather things. And S&M type wear. You know you guys really have style. That battle nun? She was hot. Oh. Sorry about killing her. Uh. But you're evil though, right? So we're cool. I didn't even know I could do that. With an axe. I have no idea why my guitar is set in people. By your good graces. Uh oh. Uh oh. I meant evil. Hehehe. Hehehe. Evil grace. Ah, son of a. 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 Toes by. Another shot. Remember the to that. T He must beMS. Oh. Or weer heated. Uh. The axe. So you come forward as well. No, but these guys jump me and... Hang on. And it was just sitting there, so... You handle it very naturally. Yeah, that's kinda strange, isn't it? But I've never touched an axe before. Who are you? Uh, right shoulder. We gotta get out of here, before he arrives. Yeah! Wait, before who arrives? Emperor Deviculus. Emperor Deviculus, where are you from? It's kinda hard to say. I kinda live on the road. Be assured, you don't want to be here when he arrives. What's the big deal? You're slaughtering his personal guard for one thing. Oh, aha. Oh man, there we go. He lost his arm. Ach, I like splatter. Wait a minute. I have to say that. Whew. I want to be careful about his life. So what did you say your name was? Come on, we have to run. Run. Shift. Wie immer halt. Echse. Oh. Moment. Au! Aber wenn ich hier nicht sterben kann, wäre das Spiel schon ein bisschen arg einfach. So was kommt es. Grand Slam. Äh, linke, rechte. Oh je. Oh je, oh je, Kombos. Das ist überhaupt nicht meins. Links, rechts, links. Leg dir deine Gegner zurecht und schmetter sie auf die billigen Plätze der endlosen Schmerzen. Links, rechts, links. Ach, das ist nur im Tutorial so. Jee. Ech, das war kurzes Blut. Ah, das ist doch cool. Ich bin schon mal im Kopf. Echse. Ich finde das lustig. Ich folge dir. Ja. Ja. Die Grafik irgendwie wird sich... Ja, das sind viele Leute. Redet mich trotzdem an den Mundsauron. Was ist dieses Ort? Das Tempel von Ormogodon. Es ist ein Ort von älteren Kraft, aber niemand weiß, dass es den richtigen Ziel ist. Okay. Ich sehe da was leuchten. Ja. Yeah. Bühnenscheinwerfer. So, wer... Reliktjäger. Eine seltene Ranker wächst an Sagen und wurmenden Orten des Landes. Spiele dieses Solo, um uralte Bauwerke und Monumente ans Licht zu bringen. Halte Q fest und wähle das Reliktjäger-Solo aus dem Menü. Witzig. Also, äh, Ron Gilbert und Tim Schieferkin. Der weiß ja, dass die gerne abgefahrene, mohrvolle Spiele machen. Okay. Äh, ich fürchte, das habe ich schon mal in den Trailer zu sehen. Ja. Oh, das hier scheint noch relativ einfach zu sein. Ich hoffe, es bleibt so einfach. Weil QuickTime Event ist dann überhaupt nicht meins. Okay. Ha. Motor? Greifen. Aha, ich weiß es. Genau. Das war's auch ein Mac-Eyver. Das war's auch ein Mac-Eyver. Ach, das ist ein Knöpfer. Ach, das ist ein Knöpfer. Ist das ein Mine-Cart? Ich nenne es den Druid Plow. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Was machst du? Du schlägst es in die Ghoo, Hhoo, HELLO. Es sieht aus, wie es funktioniert. Ich weiß es nicht, wie es funktioniert. Ich weiß es nicht. Du hast den Geist selbst erwacht. Ich hoffe es. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß es nicht, wie es läuft. Ich weiß es nicht, wie es ist. Ich weiß es nicht, wie es ist. Ich weiß es nicht, wie es ist. Oh ja. Das ist viel besser. We need to reach the bridge before they shut the feeding area gates. Feeding area? What are they feeding? We get there fast enough, you might not need to find out. What's up with Crazy Lakes? They called in Reinforcements. Why is such a large force? What? Maybe because we're badasses. Or maybe Emperor What's-His-Name has something against you? Okay, I haven't mentioned it yet. But this place is nuts. Ah, okay, the wind is dark. I think I took damage. Ah! Ah! You know, I don't really know. I haven't really thought about it yet. But so far, that's the best explanation I've heard. That's the only one! You can die. Brutal collapse. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! This is much better. Oh no! You need to reach the bridge before they shut the feeding area gates. Feeding area? What are they feeding? If we get there fast enough, you might not need to find out. Um, what's up with Crazy Lakes? They called in Reinforcements. Why is such a large force? What? Maybe because we're badasses. Or maybe Emperor What's-His-Name has something against you. Okay, I haven't mentioned it yet. But this place is nuts! Yes, these are dark times for our land. Yes, these are dark times for our land. But there are a few of us fighting to change the way things are. No! 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 No, I don't really know. I haven't really thought about it yet. But, uh... So far, that's the best explanation I've heard. Yeah! That did not do. I'm going to... ...to try to get in the way... ...to try to get in the way... Come on! I'm sick of you guys! Alright. While I'm slaying these dudes, you get that gate open, okay? ...okay? Well done. God, she's awesome! Hehehehe! Ah! He's нагrified me! I don't want to drive my car! I don't want to drive my car! Schmetzeln und häckseln die Metzeln! Jaaah! Das fällt von mir ab! Hey, hey, hey! Wir haben die Grafiksrekorde, wir haben das Leben! Wir haben die Grafiksrekorde! Zwei zum Preis von einem! Genau, als man ein Zigaretter macht. Ich bin nicht Raucher! Ähm... Oh, ähm, sorry! Did you know those dudes? Haha... Nitro? Ja, das hab ich schon rausgefunden! Drücke Shift und zugewirkt ist, Nitro freizusen! Opfere ein wenig Kontrolle, um einen explosiven Geschwindigkeitsschub zu halten! Äh... Wo lag? Wo lag? Wo lag? Jaaaaaaah! Okay, ich hatte diese Kamera... Ey, ich gefällt mal wieder kurz... Ja... Vielen Dank.